Das ist doch endlich mal ein angenehmer Job, findest du nicht? Ich liebe es, fürs Nichtstun auch noch bezahlt zu werden. Hast du das eben gesehen? Volle Deckung! Bringt euch in Sicherheit weg hier! Was ist los? Wartet auf mich! Wo wollt ihr hin? Ich komme mit! Das aber, das, das, das ist doch, wie geht da? Was, was willst du hier? Ach, bitte, kein Ärger! Was willst du denn hier? Lass dir hin! Lass dir nirgends mal noch! Ganz ruhig, ganz ruhig! Nein! Nein! Oh! Oh! Also, wo können die Dinger sein? Hey, ihr! Wer? Wir? Wer denn sonst? Wo hat euer Meister die Dragon Balls gebunkert? Wovon geht es dir? Ich verstehe kein Wort. Was meint ihr? Schwer hör ich? Ich hab euch eine Frage gestellt. Was für ein Haufen Weicheier. Ihr schifft euch ja vor lauter Angst schon in die Hosen. Ich rate euch zu antworten, bevor ich die Geduld verliere. Also, wer von euch Pfeifen will sich mit mir anlegen? Viel Spaß beim Rösten. Jetzt wisst ihr, was mit denen passiert, die sich mir widersetzen. Naja, was soll's. Ich komm auch ohne eure Hilfe zurecht. Ich werde die sieben Dragon Balls schon finden, die Freeza hier irgendwo im Raumschiff versteckt hat. Mein Gefühl sagt mir, dass sie hier sein müssen. Wie dem auch sei, die Erdlinge werden jeden Moment hier eintreffen. Sollen die doch die Arbeit machen. Mit ihrem Radar werden sie die Kugeln schon finden. Ich muss nur in aller Ruhe auf sie warten. In der nächsten Mal.